Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Angeist's Legacy. Letzte Folge hatten wir Holmgard erledigt und jetzt geht es weiter mit der U-X-Kampagne mit der Mission Schlacht an zwei Frunten. Wieder hat Überfall auf Eastbog vorbereitet, wo er gemeinsam mit Tovar hingeschickt wurde. Das wäre in die Belange selbst nicht schon schwer genug gewesen, geriet auch noch Tovas Blutdurst aus der Kontrolle und die Situation deutlich erschwerte. In the reflection of Lake Ilmen, I saw Rurik's demise, an eagle feasting on another eagle. Rurik was in danger, and the last blow would be made by his own kin. The king found me during my colloquy. I immediately told him about the visions. He was in danger from either Truvort, a man without honor or mercy, or Sineas, who sold his heart and soul to the Christians. I suggested the king to distribute some of the conquered lands to his brothers. I knew I made the king uncertain, but so far my visions have proven to be true. I suggested I join Truvort during next raid to keep an eye on the brother. Beide sind Joden, ja. Ich sag beide sind's. We've come here to solve our problems in peace. Truvort, let me talk to them. We've brought you those gifts in hope of. Take them! Now! Move back! He's an idiot! You are stupid to think we cooperate with you! From now on, Vidar. I am in charge. Everyone listens to me. Tactics and supplies don't bother us anymore. Do you hear me? Whenever I need more warriors, I take them. Without asking anyone. Mh... Is das ein Spacko? Everyone! Follow me! Warum ist das eigentlich die Regierungskampagne, wenn wir wieder hauptsächlich spielen, der hier in der Hauptheld ist? Also, äh, hab ich noch nie gehört, wenn ich das... Mit Zelte kann ich keine mehr bauen, warum das? Nehmen alle Fündigen Dörfer an. Was ist das jetzt, oder? Ich mein's, es wird zur Zeit, Alter. Äh, wir haben ja gar nicht mehr Zeit rum. Und der Typ pusht da jetzt aber, wenn sie es doch... Was ist ein Idiot, ey? Jetzt greift er nicht mehr das Haupthaus an. Ja, ich weiß. Das war schon, gerade dabei eingenommen zu werden. Was ist das? Jetzt hat er sich die Berserker einfach genommen, alter. Easy, Penne. Ja, erstmal wir sind da in die Mittelpule. Ganz seltsame Mission hier. Die sind halt nur die Hütten ein, der Typ, ne? Könnte ich auch wieder aufbauen. Das ist die Hütten. Wir haben die Hütten. Das ist eine Hütte. Sie haben uns in die Hütte. Sie haben sie gemacht. Sie haben sie gemacht. Schau! Späer, hör auf! Späer, hör auf! Späer! On the double! Burn it to the ground! Späermen, under fire! Späer, under fire! Natürlich greifen wir uns jetzt an. Oh, Mann! War das viel so hektisch hier schon, bitte! Späer! Späern, fish! Späer, measure at yourselves! Ich kenne die ganze Zeit nur mit so den Dorfen und Dorfen hinher. Das ist vorhin so längst die Hauptaufgabe. Finde ich ein bisschen schade. Das Spiel ist schon strong Einheiten-Mix und so, aber es ist halt immer die sich näher an diese Dörfer, das ist das Hauptgameplay. Das finde ich ein bisschen schade. Ich stehe nämlich außerhalb und werfen jetzt hier den ganzen Schützpunkt. You're coming! Come on! this infantry squad is under my orders now! I don't care what you think! Der Weg! 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 We'll be needing this infantry squad anymore. It's under MY command now. Beersaw, back in full strength. Retreat! To the base! Now! Spearman! Man! At speed! This infantry squad is under MY orders now. I don't care what you're doing. Ey, this is so a blöde Jahr. Stamm! Mmmh! Oah! 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 Well, let's go. Let's go for something! And then we'll be in the T-Chكم and the T-Horby-Stuf, and we'll be in the next section. Another way. Da weiß ich wenigstens noch mal Nahrung da wohl. Die Truhe auf der Zeile fahrt. Jetzt können wir wiederholen. Ich beginne wirklich zu lieben. Ich bin voller voller Stärke, wenn ich nicht in der Tappe klauen will. Ich bleibe jetzt aber auf eine 50 erstmal. Fürs zuvielte Zeit alter Upgrade. Die Träger nehmen wahrscheinlich eher, aber das ist für mich die beste Ahnung. Ja, okay. Viel zu wenig Truppen jetzt allzuverteidigen wahrscheinlich. Okay, der macht ja dabei ein bisschen Stumptischen. Oder halt. Das Infantrie-Squad ist unter meine Ordnung. Ich weiß nicht, was du denkst. Sie sind schüttert! Sie sind schüttert! Sie sind schüttert! Sie sind schüttert! Wir müssen zurückrufen in unsere Base! Sie werden nicht in dieser Infantrie-Squad mehr brauchen. Sie sind unter meine Redaktion jetzt. Sie werden nicht in der Mitte aufgerufen. Sie werden nichtchüttert! Sie sind unterteilen! Sie sind unterteilen. Sie sind unterteilen! Sie sind unterteilen! Sie sind unterteilen. Spam it! Spam it, Squadron order! Warrior is ready to fight! Spear! Spam it, Squadron order! Listen up, Warriors! Tear down this building! Bring them fear! Quickly! Jaa, nehmt doch bitte jetzt einfach alle Horrorscher, dann hab ich hier nix! Die weniger Truppen einnehmend hab ich auch keine Truppen mehr, also ja. 他 nicht um so gut zu werden! Schuss! Jaa, nehmt doch bitte! Schuss! Jaa, nehmt doch bitte! Schuss! Jaa, nehmt doch wir mit. Daher gehilt ja, nehmt doch ein Barsche. Jaa, nehmt doch bitte! Ja ja ja, ich muss eine Fischkatschung, ich weiß... Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! mal Möglichkeit lassen würde, damit ich ja nur die Kuppen klauen würde. Spremen, Spremen, getting better. We've got eyes on the enemy. Sprears, casualties replaced. We are under attack. Männer, auf der Double! Bist, hör auf! Wir haben einen Augenblick auf den Schwestern! Männer! Wir legen ein bisschen Wurzeln rein. Legen wir ein bisschen Wurzeln rein. Spearman! Auf der Double! Burn es auf! Oh, du... Boah, du Piep! Ich würde es am liebsten gerne sagen, wenn ich sag's gerade nicht. Mein Wort würde ich nicht gerne nennen, bloß. Wenn ich die Schuhe in die Schuhe trüben, damit er sich woher den Klettern anmacht hat, da hat er keiner. Wenn ich jetzt einkommen, dann ist der Typ, statt Dörfer einzunehmen, wird er unsere Einheiten verheizt. Ich will doch keinen neuen ausbilden, nur dass er mir die Abpaar nimmt. Ich kann doch nur fünf haben. Das erklärt auch. Also ich pushe jetzt mit dem hier mal die Hauptbase, vielleicht... klappt es wenigstens. Ja... Nimm sich eh meine Leute, also kann ich jetzt auch mal reinheben. Dörfer klappt er eh scheinbar nicht mehr. Nimm sich jetzt eh mehr, was er will. Wenn ich sicher voll drumsteig komme, der mir ja nur den klaut, kann ich auch keinen Dörfer nehmen. Ja... bitte wer. Nein. Ich kann dich 是 fat. Ich korre, hör mal. Nein. Okay, du soceller! Das Infantry schwarz! Unter myel! I don't care what you think! I don't care what you think! Listen up, Sphere! You won't be needing this infantry squad anyway. It's under my command now. Sphere! Furnished to the ground! I'm the devil! They're shooting at him! Ain't nothing, buddy! They're attacking us! We're attacking us! We're attacking us! Geh! 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 Der ist so blöd, ne? Wir hätten es fast geschafft, ey. Aber ohne den kann ich, kann ich da nix ausrichten. Ich glaube, wir hätten es vielleicht jetzt schon. Oh man. Ne, er muss jetzt ruck. Oh man. Spares, listen! Spes! Versuch, wir gehen zu da! Spes! Sieg auf da! Stöhnen! Versuch! We're going there! Quickly! Shoots, docile is replaced! Shoots, docile is replaced! Fast! We're going there! We're going there! I'm scared, man! One, three! Spears, listen! We've got new gear! We've got eyes on the enemy! Spears! Oh, oh! There they are! We're going to attack! We're gonna attack! We're gonna attack! We're gonna attack! Jetzt haben wir natürlich ein Dorf und schon sind zwei von unseren weg. B.S. Listen! On the double! Burn it down! B.S.! They're shooting at us! Enemy spawning! They're shooting at us! Fears under fire! 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 Aurel watches us! Burn it down! Burn it down! Aurel! 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 Burn it down! Aurel! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020